Wieder Blitze bei mir. Aber mir auch. So, jetzt brauch ich schnell mehr schießen. Jetzt werden die erledigt. Okay, die Weißen kommen. Oh, das war knapp. Das war mir gerade nur noch Panik schießen, aber wegen den Weißen, aber super. Ich reiche mir fast auf die Zunge gerade. Ich schütt die ganze Zeit die Tügel raus, denke ich wie die Labrador, ey. Komm, hol ausfalle. Ja, super. Ach, Traum. Alter, das ist echt perfekt, die Combo. Uiuiui. Kann ich mal von dir einen Eisschuss oder sowas haben? Ja. Ja, Momentan. Ja. Ja, schön. Sehr. Boah. 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 Scham-Oga-Maria bei mir. Okay. Stun. Eck vorne dran. Ja, Stun. Ich glaub. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Down. Da ist noch einer. Wo? Er ist gerade zurückgeworfen worden. Ist ganz da hinten wieder. Okay. Dann schau ich mir das gleich mal von hinten an. Und. Okay. Und Stun ist drauf. Ich glaub, es ist schon platt. Ah, ne. Er ist noch da. Haben. 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 Trotz sei Dank. Und. Er staunen. Trotz sei Dank. Trotz sei Dank haben wir den Healing Well. Ja, also wirklich. Er steht da. Ich muss ihn weiter vorne setzen am besten. Watcher. Oder rückwärts. Weiß hinter die Brimstones. Weißt du, was ich mein? Ja. Ja. Ja, hinter die Brimstones, dass er in unsere Richtung bläst. Ja. Dass die so über Kreuz blasen. Ja. Ich nehme den oben an der Wand auch gleich mal weg. So viel bringt er nicht. Ja, warte, dann mach dich gleich ready. Ja. Damit die dann alle wegnehmen kannst. Hier hinter den Gleisen meinst du, ne? Genau, hinter die zwei Brimstones kannst du die setzen. Weil da werden sie ja immer hingeworfen. Dann laufen die drüber und dann werden sie nochmal angeblasen. Dann laufen die drüber und dann machen die drüber. Wenn sie schon gleich down. Mach dich ready. Ich nehme, ich nehme, ich nehme. Genau, dass die in die Richtung gucken Einmal ganz hinter Ah man, da habe ich doch gerade ein lila Kügelchen fliegen sehen Ah, bei mir sind wieder Resser Oh, bei mir auch Bei mir sind sie durch Scheiße, bei mir sind sie durch Kannst du Barracks bauen oder irgendwas? Warte, ich muss sie nach hinten ziehen, ich ziehe sie nach hinten Die wollen aber nicht Doch, die wollen Da habe ich natürlich bei mir auf der Seite, muss jetzt Aua, hinter uns auch was Kling fest Ja Ich muss die beiden hier festhalten, ich kann mich nicht um die Kleinen kümmern Ich habe hier einen Armord und einen Frost Ok, der Armord ist down Ja, ich gucke um die Orthos, mach du da einen ruhig Aber du bist schon fertig Ok Ja, die sind dahinter beschäftigt, da passiert nichts Hast du Geld oder musst du was abbauen? Ich kann hier vorne die abbauen zur Not Ja, dann mach das jetzt gleich, ich habe die beiden Mach dich ready Ok, ich bin ready Ja, da hinten laufen die Neuelschau Ah, die laufen Wollten gerade durchlaufen Super, die sind weg Und da die Kohle, da die Kohle Jawoll, hab sie Panik Da Yeah Ja, da sind noch zwei Scorcher Genial Oh, jetzt sind sie gleich bei mir durch, hoffentlich kriege ich den Kleinen, ja Kleinen habe ich Blitzer Ja, ich habe bei mir Gnolle, jede Menge Ich komme gerade nicht dazu, die Blitzer zu machen Ok, ich habe es, ich habe es Gleich sind sie down Ja, ich auch Ok, ich bin da Super, läuft Oh, hier hat es einen rüber geschleudert Ja Ah, wegen den Ok, scheiße Wegen den Wegen den Ja, ihr Scorchern Ja Habe ich jetzt nicht an gedacht Die auch schleudern Ja Hoffentlich passiert das nicht zu oft Ja Wenn die jetzt einen Dicken schleudern, dann Mh Hey, die Großen können die glaube ich gar nicht schleudern Ja Ja Ich bin da Ja Ja Übrigens, wir sind bei Wave 41. Ich weiß, ich weiß. Ich wollte es immer mit sein. Du musst mir gleich die Scorcher wegmachen. Ja, mache ich gleich. Woanders hinsetzen. Kommen die bis zum Rand? Ja, die laufen bis zum Rand. Okay, dann setze ich hinter der Barrikade. Du kannst auch schon gerne ein bisschen weiter vorne setzen. Weißt du, vor dem Schwingteil. Da habe ich nämlich auch noch ein bisschen Platz. Da wo ich stehe, weißt du, hier. Oder hier, warte, ich setze hier hinten. Einen links, einen rechts, hier vorne. Ja, aber hier, da weißt du, dann wird es zurückgeschwollen. Feuer, Damage, alles. Oh, andere Seite, kommt da was. Geh mal rüber und... Ja, ich bin auf dem Weg. Boah, Blitzer, Blitzer, jede Menge Blitzer. Das wird jetzt übel. Ah, ich bin tot. Scheiße. Naja, da kommen zu viele Blitzer auf einmal. Guck dir jetzt mal an, was da geht, hey. Hilfe. Lollhunter auf mir. Ja, ich bin dabei. Ah, schon wieder kaputt. Hinten, durch, durch, durch. Ja, 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 ja. Ist da hin. Aufladen. Aufladen. So. Es waren zu viele Blitzer auf einmal, bin ich jetzt zweimal gestorben. Ah, schön zurück mit euch. Hattest du noch Geld für Brimstone oder sowas? Ja. Bei mir. Nichts machen. Natürlich laufen gerade, die laufen nämlich gerade ein paar hier. Ja, die laufen gerade zu mir. Ja. Ich sag einfach bei dir bei mir. Ach ja. Aufladen. 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 Ich wollte Brimstone haben. Ach so. Ach so. Aber das ist genauso gut. Ach so. Ach so. Ach so. Ich hatte Barrikade verstanden. Sorry. Oh Gott, nein. Eistypen. Ja. Und Hunter. Ah, der Hunter kommt zu dir. So viele Hunter und ich kann nichts hier drüben. Und so viel Luftabwehr. Jetzt gehe ich gleich down. Hilfe. Oh, hör auf. Oh Gott, sind da viele Hunter. Ich bin auch down. Und down. Ende. Bei mir ist die Hölle los. Yeah. Achievement. Best friends forever. Tut mir das Handgelenk jetzt weh. Ey. So fertig. Oh, leck mich am Arsch. Wow. Five goals. 17 bei mir. Ja, ich habe 19 insgesamt. Mir tut das Handgelenk weh, wa? Ja. Awesome.